Ja, und hallo zusammen. Ja, hier wieder Dienstagmittag. Ich bin wieder hier in Gerchsheim. Jetzt geht es gleich hier wieder los mit Präsenzunterricht, Klavier und auch Keyboard. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder in meinem Studio, morgen Vormittag zum Online-Unterricht und dann auch Präsenzunterricht wieder in Gerchsheim. Aber das kommt dann morgen alles. Bis morgen. Ja, und hallo zusammen. Ja, jetzt hier wieder am Mittwochvormittag zurück hier im Studio. Alle Kameras hier sind am Start. Jetzt geht es dann gleich hier wieder los mit dem Online-Unterricht und danach geht es dann wieder nach Gerchsheim und dann wieder hierher zurück zum Online-Unterricht. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und jetzt gleichzeitig nur links und erst wenn das H wieder links kommt, kommt rechts das E dazu. Und dann geht es auch A-Moll. Und jetzt immer die Akkorde unter die Melodie setzen. Aber dann in der rechten Hand dasselbe, im Prinzip aber halt aufgebrochen. Also entweder zum Beispiel so. Also von unten nach oben wieder zurück. Oder auch so kleine Muster wie. Man geht ja praktisch vom Vierklang aus. Gehen wir aus Sieben. Bis zur Septime. Und dann alles, was ich noch drüber schichte, jetzt kann ich wahrscheinlich noch weitere Terzen dranhängen. Und man zählt aber ja immer von hier unten. Also kommt dann der nächste Ton wieder in die Nohne. Das hätte ich dann nur so gehabt. Also den einfach hier von da umgekehrt. Und dann As, C und oben ein F. Also sprich, und dann gleich rauf. Und sich quasi abstoßen von dem Schlag zwei. Und dann geht es praktisch nach oben. Dass das C dann hier unten noch einmal kommt. Ja, und hallo zusammen jetzt hier wieder am Donnerstagvormittag. Jetzt werde ich gleich hier wieder online unterrichten. Und danach geht es dann wieder nach Künstlesau zum Präsenzunterricht. Ja, jetzt kann ich mich hier noch ein wenig einspielen. Und dann geht es auch schon los. Ja, jetzt kann ich mich hier noch ein wenig einspielen. Ja, jetzt kann ich mich hier noch ein wenig einspielen. Und dann geht es auch schon los. Jetzt bin ich hier noch ein wenig einspielen. Und dann gehen wir noch ein wenig einspielen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020